Willkommen und hallo, zurück zu Let's Play Titanfall 2. Wir suchen immer noch die. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Okay. Hui! Das war... Ah, zum Trainieren machen die das. Oh, oh, oh. Aua. Ha. Und nochmal. Gut, der hat sich selber... Aua. Gesprengt. Wo ist er? Ist da oben noch irgendwas? Was? Weil die Tür ist doch hier bestimmt nicht umsonst. Mikro richten, wieder mal. Doch, die ist umsonst. Wie das Gewehr einfach verzieht. Oh. Elektrorauch. Na, warte, Freundchen. Da. Es ist vielleicht immer noch ein bisschen... So, schon besser. Es muss ja auch das Feeling stimmen. Moment. Moment, entlang der... Montagestraße. Also muss ich hier... lang. Da kommt auch schon unsere Mitfahrgelegenheit. Ah, schade. Und jetzt? Was hast du? Du hast gar nichts, hast du. Boah. Zack. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Fällt einer vielleicht auf. Ich sehe noch... Zack. Den haben wir. Aber das ist hier wirklich ein bisschen unübersichtlich. Wo müssen wir jetzt lang? Ah, hier. Solange man ausweichen kann, ist das... kein Thema. Du wirfst gar nichts. So. Wo kommst du denn her, mein Lieber? Zack. Wo kommen die denn alle her? Hier war doch noch einer. Du wirfst gar nichts. Ich würde die alle eigentlich schon gern. Na ja. Eigentlich würde ich die gerne alle ausschalten, aber... Ah, hier geht es sogar weiter mit ausschalten. Ich dachte, wir fahren jetzt irgendwie nach unten. War hier nur ein einziger... 30 von 240. Zack. Den haben wir, glaube ich. Wo kommen die her? Da waren wir doch gerade. Pass mal auf, mein Freund. Okay, das bringt nichts mehr. Wo kommen die... Hä? Das kann doch gar nicht sein. Wir kamen doch von da. Also... Irgendwas läuft hier nicht so, wie es laufen sollte. Aber das sieht schon... Ich weiß nicht, wie ich springen muss. Also gehe ich nochmal schnell zurück. Uiuiui. Okay, ich muss drinbleiben. Allem Anschein nach. Boah, das wäre mir viel zu risk... Woho. Das ist irgendwie nice. Du brauchst erst gar nicht zu schießen. Tschüss Aua Boah, wer schießt denn da auf mich Spreng dich halt Ist mir egal Zack Wo ist denn der Ich geb dir gleich ein Ziel Soldaten am Boden Macht's mir doch nicht so schwer So, pass mal auf Irgendwo ist hier noch einer Ah Sieh mal einer an Aber da war noch einer Sollen da schon alle gewesen sein Anscheinend Ah, okay Ich vertraue einfach mal Dem Feind Des Feindes Technik Oh oh Ich baue Das sieht irgendwie aus wie der Multiplayer Mit den Fenstern und den Türen Und aufwärts Ich glaub oben ist es sicherer Pilot, Pilot Geht es Ihnen gut Geht so Was für ein Fleischwolf Bist du okay Unbeschädigt Allerdings bezweifle ich Dass dies eine Schlachtfabrik ist Bei meinem Glück Stürzt sich der Laden gleich von innen nach außen Oder von oben nach unten Wenn man die Umstände bedingt Oh Das macht einem natürlich Mut Wir laufen hier Äh, wir fahren hier die ganze Zeit einfach nur mit Nein, ich bin dumm Nein Ich will meinen Haken Ich will meinen Haken Ich dachte ich muss da aussteigen Ja Das war gewollt Scheiße Okay Nochmal das Ganze Diesmal stehen bleiben Team Pilot, Pilot Geht es Ihnen gut Geht so Was für ein Fleischwolf Bist du okay Jetzt könnten wir eigentlich drüber quatschen Allerdings bezweifle ich Dass dies eine Schlachtfabrik ist Bei meinem Glück stützt sich der Laden gleich von innen nach außen Oder von oben nach unten Wenn man die Umstände bedingt Jetzt bleibe ich mal drin Das war schon sehr verlockend Da vorne Mal schauen Ich mag das Visier nicht Das mit dem Punkt Ist viel genauer Irgendwas macht mir hier Ähm Ähm Ne oder Wieso bin ich Ich hab gesagt nach oben Und ich bin Ah ok Ich wünschte die IC E-Tri wäre genau so ein Schloss Es gibt nur einen Ausweg Pilot Nach oben Juhu Ah Ah Okay Hier Ja gut Da brauche ich keinen Piloten dafür Das kann ich auch so Irgendwie What Ich kann doch nicht auf die Bäume Oder Alles klar Ich kann auf Bäume Sie will also gegen uns kämpfen Das wird interessant Das war ja Ja Höchst Und Ich kann es Ents